Hallo so was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, da mein letztes Video über die Audio-Einstellungen bei Modern Warfare so gut ankam, habe ich mir gedacht, mache ich das selber einfach mal auch hier in Black Ops Cold War. Und zwar werde ich euch zeigen, was ihr am besten für Audio-Settings benutzen solltet. Natürlich nur, wenn ihr auch mit einem Headset spielt. Das gilt jetzt eigentlich für jede Plattform, da überall dieselben Einstellungen vorhanden sind. Und beim PC ist das wieder so eine Sache, da kann es sein, wenn ihr eine verschiedene Audio-Soundkarte habt, dass ihr da auch ein bisschen was an den Einstellungen ändern müsstet. Allerdings für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox One sollte das eigentlich so passen. Was habe ich gemacht? Ich habe im privaten Match verschiedene Sound-Einstellungen getestet. Ich habe mir auf YouTube verschiedene Videos angeguckt und mir verschiedene Meinungen angehört. Und bin deswegen zu folgendem Entschluss gekommen. So, ich zeige euch mal eben meine Audio-Einstellungen. Erstmal habe ich die Gesamt-Lautstärke natürlich auf 100 gelassen. Also da irgendwas zu ändern bringt nicht viel. Die Musik-Lautstärke habe ich auf 25 gemacht. Die könnt ihr aber auch komplett runter machen. Also ich würde sie vielleicht sogar komplett runter machen. Ich finde es einfach nur ganz cool, ein bisschen so im Hintergrund, falls mal Musik läuft. Oder halt im Menü ein bisschen Musik zu haben. Aber ingame, wenn jetzt irgendwie am Ende von frei für alle oder von suchen und zerstören irgendwie Musik kommt, um ein bisschen Spannung zu machen, ist das halt eher kontraproduktiv. Deswegen würde ich euch eigentlich empfehlen, die komplett auszumachen. Die Sound-Effekt-Lautstärke muss leider auf 100 bleiben. Denn zu den Sound-Effekt-Lautstärken gehören auch die Schritte. Das heißt, wenn ihr das weniger macht, macht ihr auch den Sound zu den Schritten leiser. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Deswegen, man kann das leider nicht trennen. Ja, deswegen müsst ihr das auf 100 lassen. Die Dialog-Lautstärke würde ich auf 50 setzen. Die könnt ihr auch auf 0 setzen. Allerdings finde ich das schon wichtig zu hören, ob jetzt gerade eine UAV im Himmel ist oder eine Konterdrohne oder keine Ahnung. Manchmal sagen die Teammates ja auch, keine Ahnung, im Gras wurde jemand gesichtet. Und das kann dir schon helfen. Allerdings würde ich das nicht auf 100 packen. Das ist wirklich zu laut. Das kann den ein oder anderen Schritt-Sound auch übertönen. Deswegen packt das auf 50. So leicht, dezent im Hintergrund hört ihr dann die Stimmen. Und das funktioniert eigentlich. Film-Lautstärke ist, glaube ich, komplett neu. Das gab es noch nie in den Audio-Settings. Hat, glaube ich, nichts mit dem Multiplayer zu tun. Ich glaube, das ist eher Kampagne. Film-Lautstärke passt die Lautstärke der Film-Sequenzen an. So was haben wir im Multiplayer gar nicht. So was haben wir nur im Zombie-Modus oder in der Kampagne. Deswegen könnt ihr das auf 100 lassen. Jetzt kommt das Allerwichtigste von allen. Und zwar die Audio-Voreinstellungen. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt den Trey-Up-Mix, Flach-Kopfhörer, Stimmklarheit, Leise, bla bla bla. Viele würden hier wahrscheinlich auf Kopfhörer stellen. Kann ich auch verstehen. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Bei vielen dieser Einstellungen hier sind Windgeräusche oder Explosionen viel zu laut. Also das übertönt die Schrittgeräusche. Deswegen würde ich euch genauso wie in Modern Warpher empfehlen, Höhenverstärkung einzustellen. Es kann sein, dass dadurch die Streaks ein bisschen lauter werden. Allerdings sind die Schritte dadurch deutlich lauter als bei allen anderen Einstellungen. Und ich sag mal so, das ist nun mal das Wichtigste. Schritte orten. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier Höhenverstärkung reinzupacken. Das ist wirklich das A und O. Dann haben wir noch als letztes die Treffer-Geräuscheffekte. Das muss jetzt jeder für sich selber wissen. Wenn ihr die deaktiviert, ist es eigentlich am produktivsten. Ihr habt nämlich eine Soundquelle weniger, die die Schrittgeräusche der Gegner übertönen könnte. Ich hab's an, weil ich es einfach angenehmer finde, wenn ich die Gegner hitte, dass ich das dann auch höre. Muss man sich wahrscheinlich nur dran gewöhnen. Ich würde sogar empfehlen, das auszustellen und sich daran zu gewöhnen. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber vermutlich tun. Ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Ja, und ansonsten, ich hab halt so Sachen wie Sprachchat und so hab ich alles ausgemacht, weil ich mit meinen Kumpels eh nur in einer Playstation-Party bin. Ergibt also für mich nicht viel Sinn. Also was sehr, sehr wichtig ist, sind die Audio-Voreinstellungen. Und die würde ich auf jeden Fall auf Höhenverstärkung setzen. Und ja, bei anderen Sachen müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumtricksen. Musiklautstärke könnt ihr eigentlich auf 0 setzen. Und die Treffer-Geräuscheffekte könnt ihr eigentlich auch ausmachen. Ja, das war's dann soweit zu den Sound-Einstellungen in Black Ops Cold War. Dasselbe gilt auch für Warzone und auch für Modern Warfare. Für alle Plattformen beim PC bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann müsst ihr mal herumtricksen, aber eigentlich sollte das auch auf den PC so passen. Und ja, ich danke fürs Zuhören. Abonniert mich gerne für weiter solche Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.